Seit dem 7. Oktober ist alles anders. Auf unserem Smartphone sehen wir jeden Tag Tod und Zerstörung. Ein Genozid live. Zwei Millionen Menschen, die kollektiv bestraft werden. 31.000 Menschen wurden ermordet. 13.000 Kinder mit deutschen Waffen. Gaza verblutet. Gaza wird hausgehungert. Jeden einzelnen Tag. Wir stehen Seite an Seite mit unseren Brüdern und Schwestern aus Palästina, die unermüdlich Widerstand leisten. Nicht nur seit dem 7. Oktober, sondern seit 75 Jahren. Und was ist Deutschlands Antwort? Sie kriminalisieren Juden, Muslime. Sie nennen uns Antisemiten und Terroristen. Deutschland zeigt mit aller Gewalt, dass wir kein Mitspracherecht haben. Hey Deutschland, was ist eigentlich aus nie wieder geworden? Für uns bei Mer 25 bedeutet nie wieder, nie wieder für alle. Deswegen fordern wir einen sofortigen Waffenstillstand und ein Ende der Waffenlieferungen an Israel. Wir stehen für Frieden und Menschenrecht. Wo stehst du? Am 19. Juni bei der Europawahl Mer 25 wählen.